hallo leute recht herzlich willkommen zu einer neuen folge shadow of the colossus so der mittlerweile schon zehnten wenn ihr mich nicht verguckt habt der zehnte folge und wir machen heute den neunten koloss in der letzten folge war ja auch halbzeit und ich bin echt gespannt wie es weitergeht leute ich mache mal das bild macht gerät an servus und dann schauen wir mal wo es jetzt hier weitergeht jetzt gehen wir mal raus und schauen ob wir uns auffüllen müssen und auch bald auf meinem kanal leute na irgendwie funktioniert das hier nicht gescheit mit dem da bin ich zu blöd dazu oder wo geht das hier nicht okay dann schauen wir mal die richtung ok jeden fall darüber irgendwo ich denke dass wir hier über die brücke rüber kommen in so einem ausgetrockneten see oder so hieß es die richtung wird Aber erst würde ich sagen, schauen wir mal zu dem Bauwerk da hinten. Der Vogel zeigt uns normalerweise eh, glaube ich, immer den Weg. So ein bisschen, zumindest. So ein bisschen, das ist ich weiß nicht warum das nicht geht das ist so ein scheiß hier mit dem ok ok müssen wir mal hier runter kommen ja 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 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! 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 Und dann geht's hin. 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 dann geht's hin. Und dann geht's hin. Und dann geht's hin. dann geht's hin. Und dann geht's hin. Und dann geht's hin. 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 Nein, meine Fresse. 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 aber wir haben ihn trotzdem gepackt und damit würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht, dann mit dem 10. Koloss, mal schauen wer uns dort erwartet, bin echt schon gespannt und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder einfach nur Support da, ich werde mich sehr sehr freuen, kommentiert fleißig und ich werde antworten, gut, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal Ciao Ciao, euer Andi Outro